Das ist die Circuit Series Ab Crunch Machine. Sie trainiert die Bauchmuskeln. Das Besondere ist, dass sie es ermöglicht, in einer aufrechtsitzenden Position zu trainieren. Beginnen wir mit dem Training, indem wir uns auf das Polster setzen und die Füße im 90-Grad-Winkel auf dem Boden positionieren und mit dem orangefarbenen Pin das geeignete Trainingsgewicht wählen. Nehmen Sie die Griffe, ziehen Sie diese über die Schultern nahe an die Brust, die Ellenbogen liegen an. Nun beugen Sie mit einer kontrollierten Bewegung den Oberkörper und die Rippen Richtung Hüfte. Die Arme sind locker. Benutzen Sie nur die Bauchmuskulatur, um die Bewegung auszuführen. Achten Sie auf die Atmung. Beim Beugen ausatmen und beim Aufrichten einatmen. Alles mit einer kontrollierten Bewegung. Ziehen Sie den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und wiederholen Sie die Übung so oft wie gewünscht.